Moin Moin, hier ist Dominik. Willkommen zu einem weiteren neuen kleinen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich mit JetGPT meine eigenen GPTs erstelle und aufsetze. Das Ganze läuft hier, wie gesagt, über JetGPT. Aber, Moment, ich habe doch vor wenigen Tagen erst Videos gemacht, wo ich gesagt habe, hey, JetGPT, das funktioniert nicht mehr, weil die Zahlung hat nicht geklappt. Also sehe ich mich nach Alternativen um und bin auf Open-Source-LLMs umgestiegen. Das hat auch einigermaßen gut funktioniert, aber halt nur einigermaßen gut. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, doch wieder zurückzugehen zu OpenAI, zu JetGPT, weil, da bin ich ehrlich, das Ganze kostet zwar 20 Dollar im Monat oder ungefähr 20 Euro im Monat, aber man muss auch sagen, es ist gut, es funktioniert erstaunlich präzise und die Qualität ist einfach sehr, sehr gut und die Qualität ist besser als bei den Open-Source-Modellen. Das habe ich in den letzten Tagen mehrfach merken dürfen, als ich mit verschiedenen Modellen gearbeitet habe, unter anderem mit Lama 3. Dann mit verschiedenen Mystery-AI-Modellen, mit Lava-Modellen, die ich genutzt habe und alle diese Modelle haben kleinere Schwächen, wo ich sage, das stört den Workflow, das stört den Arbeitsprozess massiv teilweise und es braucht und es frisst sehr viel Leistung. Und dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden, okay, ich gehe zurück zu dem Anbieter, wo ich persönlich weiß, es funktioniert, er liefert gut bis hervorragende Ergebnisse, wenn es um Textverarbeitung geht und um alles, was mit Text und sonstigen AI-Voice-Mechaniken zu tun hat, gerade wenn es auf dem Smartphone auch mit dem Voice-Feature sein muss, wenn man damit arbeitet, sich damit unterhält, funktioniert es einfach sehr, sehr gut. So, das dazu, warum ich jetzt wieder bei JetGBT gelandet bin, um mal eine kleine Einordnung zu geben. Ich sage immer gerne, die Entwicklung hier bei mir in meinem kleinen Studio hier ist immer sehr dynamisch. Ich versuche immer am Puls der Neuigkeiten und am Puls der Technik auch zu sein, um entsprechend mit neuen Technologien so schnell wie möglich zu arbeiten und sie auszuprobieren und rumzuexperimentieren, weil das sehr viel Spaß macht auch und weil es interessant ist von der technischen Seite her. So, wie gesagt, das kurz zum Start. Jetzt werden wir einen ersten GPT erstellen und zwar würde ich jetzt gerne den ersten von zwei GPTs erstellen und zwar den sogenannten Video Title Enhancer. Der Video Title Enhancer ist ein von mir selbst erdachtes und erstellter GPT gewesen, den ich genutzt habe in den letzten Wochen und Monaten, um Video Titel und Beschreibungen für meine YouTube Videos erstellen zu lassen. So, das hier also kurz darum. Also, wir sagen beim Chat GPT einmal meine GPTs GPT erstellen. So, dann kriegen wir, es ist wirklich sehr komfortabel, das ist unfassbar, wir haben jetzt hier zwei, beziehungsweise, ja doch zwei Möglichkeiten, was wir machen können. Zum einen müssen wir natürlich erstmal einen GPT erstellen. Auf der linken Seite konfigurieren und erstellen wir den GPT. Auf der rechten Seite haben wir ein Chatfenster, wo wir chatten können mit unserem selbst erstellten GPT. Das heißt, wir können den GPT, nachdem wir ihn konfiguriert haben, sofort ausprobieren und testen und können dementsprechend Fehlerquellen sehr effizient und schnell in dem Erstellungsworkflow ausmerzen und den GPT sehr schnell feintunen. So, also, das Ganze ist hier in englischen Texten, das macht aber nichts, denn, ja, wir kriegen das schon hin. Im Prinzip fragt er jetzt, was er machen soll, also wofür der GPT gedacht ist. Und wir sagen jetzt einfach mal, ich werde es wieder diktieren mit dem Windows-Diktierer, und zwar werden wir jetzt einfach mal sagen, Ich möchte einen Custom GPT erstellen, der auf Videotitel spezialisiert ist, um meine Videotitel für meine YouTube-Videos zu verbessern. So, das schicken wir einfach mal ab. Und er fängt natürlich an, den GPT entsprechend zu aktualisieren, wie man schon sehen kann. So, okay. Er sagt, okay, sure, let's go, kein Problem. Okay, wie soll der GPT denn heißen? Er gibt uns jetzt hier den Vorschlag, Videotitel, oder Videotitel, Maestro. Wir können den Titel später noch ändern. Ich würde ihn jetzt so erstmal nehmen. Das heißt, wir sagen, okay, gut. Das heißt, er wird jetzt diesen Titel für den GPT übernehmen. Er stellt jetzt entsprechend noch ein Profilbild. Das wird mit DALI3 umgesetzt. Das sehen wir jetzt hier. Auch hier fragt er, passt das Bild so für dich? Auch hier können wir sagen, nice job. So. Okay, wunderbar. Und dann fragt er jetzt nach mehr Content zum Refinden, beziehungsweise zum Verfeinern. Und dazu können wir jetzt zum Konfigurieren gehen. Wir haben das Profilbild. Den Namen, wie gesagt, können wir jederzeit ändern. Wir können zum Beispiel jetzt auch mal versuchen und einfach mal sagen, Enhancer. Ja, das hat jetzt wieder nicht so gut funktioniert. Aber wir sagen einfach mal Videotitel. Ähm, ich ändere den Namen mal kurz in Beta. So. Okay. Sehr gut. Titel geändert. So. Beschreibung. Ähm. Create and optimized. Aha, Videotitel. Wenn man jetzt hier irgendwas nicht versteht, beispielsweise, gehe ich jetzt einfach hin. Nimm mir meinen Translator. Man muss sich ja auch ein bisschen helfen. Und lass mir das übersetzen. Er stelle und optimiere ansprechende Videotitel. Das passt soweit. Sehr gut. Und so. Auch das möchte ich mir mal kurz übersetzen lassen. Damit ich weiß, was er hier macht. Oder wie er es hier geschrieben hat. So. Dieser GPT soll Nutzern dabei helfen, YouTube-Videotitel zu erstellen und zu verbessern. Es sollte kreativ ansprechend und optimierte Videovorschläge oder Titelvorschläge basierend auf dem Inhalt des Videos und der Zielgruppe liefern. Und dabei so ein SEO-Best. Achso. Ach, das sind wieder diese Suchmaschinen-Optimierungen und dieses ganze Zeug da. Ja, ja. Okay, okay. Das passt soweit. Das passt soweit. Wir können das ja mal ausprobieren. Ich werde das hier einfach mal alles weg machen. Wir sagen, wir brauchen keine Bildbearbeitung oder Bildunterstützung mit DALI 3. Wir brauchen also keine Bildgenerierung. Wir brauchen keine Code-Importer und auch keine Datenanalyse. Wir brauchen die Online-Suche, aber schon. So. Wir können jetzt hier einfach mal eingeben. Luminar Neo 2.0. Das ist neu. Das ist neu. Da kommt es schon. Gen AI 2.0. Löschen von störenden Elementen. Ganz einfach. So. Das heißt, wir haben jetzt mal einen kleinen Videotitel-Test hier geschrieben oder diktiert. Den geben wir einmal ab. Und er setzt das hier auch ganz gut um. Er macht hier entsprechend die Videotitel. Was ist neu? In Luminar Neo 2.0. Gen AI 2.0. Erase Elements Removed. Problem. Das ist lösbar. Kleines Problem, was jetzt aktuell noch besteht. Das Ganze ist in Englisch. Wir sagen ihm jetzt, bitte gebe alle Texte nur in Deutsch raus. Das schicken wir ab. Das ist nämlich bei den Open LLMs immer so auch das Problem gewesen. Die sind beispielsweise, wenn man denen gesagt hat, bitte nur in Deutsch antworten, immer wieder in Englisch abgedriftet. Und das ist sehr störend gewesen. So. Okay. Welche Elemente sollen in dem Videotitel besonders betont oder vermieden werden? Interessante Frage. Aktuell gibt es da nichts. Aber trotzdem danke. So. Okay. Okay, also man hätte jetzt nicht auf diese Sache wirklich antworten müssen. Aber natürlich hat er es jetzt getan. Dein GPT ist jetzt bereit. Du kannst es im Vorschaufenster ausprobieren. Wenn du noch weitere Anpassungen vornehmen möchtest, lass es mich wissen, welche weiteren Veränderungen oder Ergänzungen du auch vornehmen möchtest. So. Das heißt, wir können jetzt einfach nochmal sagen, ein anderes Thema, beispielsweise Photoshop. ähm, Generatives löschen. So. Wir schauen mal. Okay. Wir kriegen einige Videotitel. Wohl bemerkt, wir haben noch nicht angeben, wie viele Videotitel er denn allgemein als Ergebnis rausgeben soll. Deswegen gibt er hier jetzt 10 an. Wir können das aber hier noch definieren. Wir können das hier noch feintunen. So. Jetzt hat er das verstanden. Sehr gut. Verstanden. Hier sind einige Video oder hier sind einige Vorschläge für YouTube Videotitel zum Thema Photoshop Generatives löschen. Und wir sehen Photoshop Generatives entfernen, Schritt für Schritt Anleitung, wie man Photoshop, ähm, wie man Photoshop Generativ, Generativ löscht, einfache Anleitung, Photoshop Generatives löschen, so geht's richtig, et cetera, et cetera. Ihr seht und versteht, wie das Ganze funktioniert. Photoshop Generatives deaktivieren und löschen schnell erklärt. Okay. Alles klar. Also grundsätzlich funktioniert's. Wir können jetzt noch sagen, ähm, bitte immer nur sechs, äh, Vorschläge. So. Bitte immer nur sechs Vorschläge. Das schicken wir ab. Er aktualisiert das entsprechend. Und gibt dann gleich nur noch sechs entsprechende Vorschläge raus. Wie er jetzt auch geschrieben hat, dein GPT ist jetzt, ist jetzt so eingestellt, dass es immer genau sechs Video, Video oder Titelvorschläge liefert. Möchtest du es jetzt schon testen, oder gibt es noch etwas, was du machen möchtest oder anpassen möchtest. Wir können das jetzt nochmal ausprobieren, indem wir jetzt beispielsweise sagen, ähm, komm schon. Lumina Neo. Lumina Neo. So, wir geben Ihnen jetzt nur das Wort Lumina Neo. Okay. Und ergibt uns die sechs Vorschläge. Klar. Hier sind sechs eingängige Video- oder Titelvorschläge für ein Video über Lumina Neo. Lumina Neo. Die Revolution der Bildbearbeitung 2024. Unglaubliche Funktionen von Lumina Neo. Ein Muss für Fotografen. Okay. Ja, das zieht. Das zieht gut. Da gucken die Leute. Ähm. Lumina Neo Tutorial. Meister die neuen Bildbearbeitungssoftware von gut zu großartig wie Lumina Neo. Deine Fotos, äh, transformiert. Das klingt auch sehr gut. Also, äh, er ist sehr gut, ja. Die Technik dahinter ist ziemlich gut. Warum Lumina Neo die beste Wahl für deine Fotobearbeitung ist. Ja, ja. Die besten Tipps und Tricks für Lumina Neo. Entfessel deine Kreativität. Ich hoffe, diese Video- beziehungsweise Titel sind hilfreich für dein Video. Super. Wir können jetzt einfach mal sagen, vielen Dank. Es funktioniert alles sehr gut. Das muss man nicht machen. Ich hab's jetzt aber gemacht. Einfach, weil's geht. Und weil's ganz witzig ist. Weil dieses Ding verhält sich ja wie ein Mensch. Freut mich, dass sie dir gefallen. Ähm, okay. Also, wir haben gemerkt, grundsätzlich, die Einrichtung ist sehr schnell. Er versteht das und setzt es sehr schnell um. Ähm, wir können jetzt nochmal sagen, wenn der Nutzer eine Zahl von 1 bis 6 postet, wird von der entsprechenden Zahl und dem entsprechenden Videotitel eine Beschreibung, eine Videobeschreibung mit angelegt. So. Mal gucken, ob ihr das versteht. Er müsste es eigentlich verstehen. Das ist nämlich eine etwas komplexere Aufgabenstellung, wie ich finde. Ähm, das hat, das haben die, ähm, Open-Source-Modelle nämlich nicht hinbekommen. Du möchtest, dass ich eine kurze Beschreibung basierend auf den ausgewählten Titeln erstelle. Oder soll der Nutzer zusätzliche Details bereitstellen, die, die dann in der Beschreibung angegeben werden. Ähm, also, folgendes. Nachdem der Nutzer die Videobeschreibung gesehen hat, postet er die Zahl 1 bis 6. Je nachdem, welche Zahl der Nutzer dir gibt, nimmst du dir den entsprechenden Videovorschlag und schreibst dazu eine Videobeschreibung. Mal gucken, eigentlich, eigentlich müsste er es hinkriegen. Das Ding ist ja schlau. Das wäre jetzt schon, äh, sehr komisch, wenn es nicht funktionieren würde. Ich glaube nicht, dass GPT so schwach ist, wie die, äh, wie die Open-Source-Modelle. Dein GPT ist jetzt so konfiguriert, dass eine Videobeschreibung basierend auf dem ausgewählten Video, äh, ich komme immer auf Video, ähm, Titelvorschlag erstellt, wenn der Nutzer eine Zahl von 1 bis 6 postet. Gut, das probieren wir aus. Lumina, Neo, 2.0, das ist alles neu. Das probieren wir jetzt mal aus. Das ist nämlich, man kann sehr interessante Sachen mit den GPTs anstellen. So, wenn du, genau, hier haben wir es nämlich, wir haben die Videotitel. So, und die Info, wenn du eine Zahl von 1 bis 6 auswählst, erstelle ich eine passende Videobeschreibung für den entsprechenden Titel. So, also, wir schauen uns die Titel mal kurz an. Lumina, Neo, 2.0, eine neue Funktion im Überblick. Das ist neu in Lumina, Neo, 2.0. Kurze Info, Lumina, Neo, 2.0 existiert noch nicht. Es existiert noch kein Lumina, Neo, 2.0. Das ist hier ganz wichtig zu erwähnen, ja. Wir sind aktuell nicht bei der Version 2.0. Bis wir bei der Version 2.0 von Lumina, Neo sind, wird es noch ein bisschen dauern. So, okay. Lumina, Neo, 2.0, WeView. Diese Features musst du kennen. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen die 2. Ich poste jetzt die 2. Und, ähm, wir schauen mal, was er da jetzt macht. Er generiert auf jeden Fall etwas. So, ja. Ja. Okay, er ist fertig. Wir schauen, was er hier gemacht hat. Ob er richtig war. Ob er das verstanden. Grundsätzlich hat er es ja eigentlich verstanden. So, hier ist eine, hier ist die Videobeschreibung für den Titel. Das ist neu. Lumina, Neo, 2.0. Update Highlights. Okay. Schauen wir uns nochmal den Titel an. Wir haben gesagt, wir nehmen zwei, die Nummer zwei, war der Vorschlag. Das ist neu in Lumina, Neo, 2.0. Update Highlights. Also, das hat er verstanden. Also, das hat er verstanden. Das ist soweit richtig. Das ist cool. Cool. Also, hier in diesem Video werfen wir einen detaillierten Blick auf die neuesten Updates und Funktionen von Lumina Neo 2.0. Dann gibt es eine schöne Aufgliederung. Was ist neu? Einige interessante Sachen. Beispielsweise erweiterte AI-Tools. Nutze die kraftvolle AI-Funktion für atemberaubende Fotooptimierung mit nur wenigen Klicks. Also, es ist sehr allgemein gehalten. Das muss man auch sagen. Neue Filter und Effekte erfahren wir über den neuen kreativen Filter und Effekte, die dir noch mehr Möglichkeiten bieten. Ja, das wäre ein Punkt für eine Version 2.0. Nur mal so nebenbei. Und dann gibt es noch ein paar weitere Infos, die er mit dann zunimmt. Für wen ist dieses Update? Ob du ein erfahrener Fotograf bist oder gerade erst anfängst. Lumina Neo 2.0 bietet dir die Werkzeuge, die du brauchst, um deine Fotos auf das nächste Level zu heben. Standard Text. Marketing lässt grüßen. Sag ich da nur. So, und natürlich nochmal zum Ende hin eine ganz nette Sache. Gefällt dir das Video? Dann gib uns einen Daumen hoch. Ein Abonnement unseres Kanals, um keine Updates zu verpassen. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Etc. 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 Grundsätzlich hat er verstanden, was ich möchte und hat es umgesetzt. Man kann das natürlich noch feintunen. Das werde ich in den nächsten Tagen auch nochmal machen. Vielleicht, vielleicht kommt dazu noch ein Video. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Wir schauen mal, wie sich das hier entwickelt. Also, grundsätzlich hat das Ganze funktioniert. Ich sage erstellen. Nur für mich erstellen. Speichern. Er speichert das Ganze. Gibt uns den Hinweis. Okay. Hey. GPT veröffentlicht. Gibt uns den entsprechenden Link dazu. Wir gehen also zurück, gehen zu meinen GPTs und wir sehen Videotitel Maestro. Diesen GPT können wir löschen. So. Und wir können jetzt hier, zack, jederzeit auf unserem Rechner, auf unserem Smartphone, auf unserem Tablet, auf unseren eigenen GPT zugreifen und den von jeder Möglichkeit her noch verfeinern, feintunen. Wie gesagt, das muss ich noch ein bisschen machen. Ein, zwei Sachen muss ich noch anpassen. Grundsätzlich habt ihr jetzt gesehen, wie ihr einen eigenen GPT aufsetzt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen und hören uns eben im nächsten Video. Also, bis bald. Ich hoffe, dieses spontane Video hat euch ein bisschen geholfen. Und wir sehen und hören uns gerne bei einem der nächsten Videos. Wahrscheinlich gibt es morgen schon wieder ein neues Video. Also, bis morgen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank.